ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ja, erst mal blocken, dachte sich Hartbüte. Ach doch, ne? Da liegt ne UMP für die, die keine Waffe macht. Von hinten, von hinten. Von hinten ist es down. Kommt jetzt, kommt jetzt. Hat meiner Fahrer hinbekommen. Och. Was brennt? Von hinten. Die Bombe ist ja down. Ich hab gesagt, ich carry euch nicht. Oh, ich hab die Sorge zu fressen. Das war so klar. Hat er so ne Absichtsschreck gespielt, oder was? Ja, weil ich euch nicht carryen will. Nicht Spaß. Ich war ein bisschen verwirrt, tatsächlich. Weil wir sonst weinen, so war das, ne? Lass mal, lass mal bitte, ähm, von hinten rein. Und dann bitte in den Schacht runter. Ne, das war gar nicht hartbüte. Lass mal bitte Schacht runter. Jo, mach's mal. Schau mir die beiden die B pushen. Trampe. Ja, das machen die immer ein bisschen. Ja, deswegen ja. Hau die mal weg da. Easy. Wow. Ich bin 90. Äh. Fuck, fuck. Einer kommt jetzt. Rambo vor. Low HP. Einer kommt jetzt. Rambo vor. Low HP. Rambo vor. Rambo vor. Keine Waffe. Galle. Bist du auf B? Ja. Einer kommt jetzt. Einer, die sind über dir. Meinst du? Über dir. I'm planting. Wo plantest du? A oder B? B. Einer ist unten. B. Ja, Mann, zur Legs. Okay, ich hab grad Legs. Ja, du hast noch 160er ping. Hi. Oh mein Gott. Ich hab Rampe. Rampe oben hat, äh, Reload. Kommt keiner. Ahhhh. NAAAAAM. Nein. Hab Galia. Tsk. Er weiß noch nicht mehr. Wirarr auch drauf. NIC. Aaah, 4. Runde und ich Carry immer noch. Hat wieder aver. is a comment. Halbby link? EINEE! EINEE! Das ist glaube ich ein Nein gewesen Wolltest du haben? Wollen wir außen rum? Geh mal hoch Das war ein Spray des Todes Alter, der Wallbank Alter, zwei kommen davon Alter Boah, einen hab ich gekriegt Der andere hat minus 13 von mir, hat einen 4 Was ist denn jetzt rechts oder links? Hä? Links, Rampe Ja, rechts aber auch noch was oder nicht Schön Alter Da steht glaube ich Höre ihn tatsächlich, Hardbeat War ich wahrscheinlich Ja, das war er Scope Das war der Mate hinter dir Hast du die Bombe? Ja Gehen wir durch Schacht runter? Ja Schacht musst du auch schießen Nein Alter Wach oder nicht? Ja Ich denke mal Oh Heiß Das war natürlich nicht heiß Sch 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 Alter Wo liegt die Bombe? Wo drauf Es Unten an der Tür Bei dir kommt der Der kommt bei dir Ne Linke Seite kommt der Marcel Stefan Easy Boah, wie oft ich mir die schon gekauft hatte Den ja 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 Lass mal nochmal Schacht runter Lass mal nochmal Schacht runter Und Richtung Rampe werbe ich einen Molli Und dann lass den Schacht runter Wissen Flasch 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 Oh, sorry Oh nein Oben auf der Auf der Bombe ist Flasch 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 Boah! Das war deine Awe tatsächlich! Hast du den Füßen nicht gesehen? Nein, hab ich nicht gesehen. Ehrlich nicht. Ich hab die nicht gesehen. Nein, jetzt hab ich hier den Revolver drin. Ja, schneid es sich mal auf, wenn ich den Revolver nicht Z-Ausrüste. Erstmal ein Revolver-Auto nehmen. F**k! Beils in der Aulde! Oh! Nein! Alles klar! Lass dir! Mein Schiss, Junge! Da steht noch eine Awe drin! Der Lower B, die Awe. Du hast ja hinter mir, gelb. Ja. Nimm noch mal auf, seit. Och f*** dich 2 outside Alcali plantet sich aber auch hoch, ne? Hier ist links Über dir Ja Die sind Main reingegangen LOL Aus Vent Auch im Vent Er defused Oh, scheiße Mann Ich hab die Inzest, sag mal Zeig mal wie du heulst Mach mal, zeig mal wie du heulst Jetzt hab ich wieder null Kills, Alter Mach es Alter, das wird das Spiel sein, das ich hart gecarried hab, Alter Wie alt ist Kai jetzt eigentlich? 29 Äh 29 wird das gewonnen, als ich so boll Oh Lass mich hart feiern, wenn ich ihn Lass mich hart feiern, wenn ich ihn sehe Lass mich hart feiern, wenn ich ihn sehe Ah, das ist eine schöne AWP, Stefan Danke Red stepped Bombe geht runter Alter Deine AWP steht da hinten, hat Hit Alter Wenn ich es überlebe, ich lege auf B Ja Hätt zu Outside 3K mit der abgesägten Nice, Mann Boah geil, danke Entschuldigung Ach, da steht immer noch Outside Schön, Jungs Schön Oh, nein Hauptsache, ich hab den Ich hab die AWP mit mir drauf Mit dem Roller geholt Geil Alter, ich spiel jetzt nur noch abgesegt Und man Ich hab versucht ihn da aufzuholen Was? Was? Ich erfahre, wer sich etwa auch Jetzt Alter, ich fühl mich schon wie Lady Death, meine Witte Witte, die Witte Wombe auch immer am Spawn zugeworfen Damit sie sich hochpelten kann Die kleine Ja Tsch Ja, das steht in der Arme Ich bin sogar zwei tatsächlich Ich glaube, da sind wir Outside oder was Boah, rechts doch, pass auf Rechts Nein Doch, tatsächlich Zählt das auch als Teamkill? Wenn wir von gleich geholt werden Was? Was zählt als Teamkill? Als Teamkill? Nein Hardbeat Schön Kill wird trotzdem nice Ja, ich hab plötzlich schon wieder einen Revolver geholt Sagst du mal alle Revolver hier Ich hab keinen Revolver Ah, danke Mike, du auch? Äh, nö Komm her Was kostet die Welt Er hat erstmal rumballert, meine Das ist wie in meiner Elo Ja, ich hab ne Waffe erstmal rumballert am Anfang Einen Hit hat er Linke Seite, oder was? Ich bin full Links, ja Einer hat ne AWP auch vor oben von mir Ob Nein Ja, das steht dann Boah, einer auf rotem Container Minus 22 Wo ist denn der Arbe? Wo ist denn der Arbe? Wo ist denn der Arbe? Boah, jetzt zack ich aber ab hier, alter Eine Arbe down Hier haben Waffenvorteile Hinter dir Schön Mike Schön Mike Über dir Schön Mike Der Headshot, alter Nice Mal Echo mach Ja Ja Wollen wir Rampe boosten, oder? Pfff, 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 pfff Ohl 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 Lol, wie ich einfach nichts hinkriege Nein Was war das? Ich möchte nichts über sprechen Ich stand direkt vor mir Ich glaube einer ist noch outside Ja mit Arme denke ich ne Ich geh runter mit der Bombe, ja? Mach mal Ich lieg oben drauf Okay, ich bin vorbei Boah, ne Waffe, Junge Der letzte outside? Auf dem Container draußen Ja, outside ist der oben auf dem äh Der ist bei Nils Ne, der letzte ist Garage Garage Da, genau Mike Da, genau Ah, hier auf dem Hahahaha Du Stricher Ich bin der Echo Hier ist ne M4 Hab Awe Äh, komm so dran Willst du ne M4? Hab AK Äh, nö, ich mach weiter mit dem Revolver Wow Oh, lebt mir, kannst du auch einen legen? Äh, jo Achso Ich smoke mal Sollen wir mal, äh Classic Shop A versuchen, oder wollt ich wieder outside? Nein, drüber wieder Nein, drüber wieder Ich, ich schmuck erstmal half Fick dich doch Er pusht halt Gott! Oh, ich hab Lower B Oh, leil Boah, von draußen, voll draußen, von hinten, von B Ach, von hinten Ja, von hinten tatsächlich Ja, aber nur P90, der rusht Einer kommt Ist oben auf Silo jetzt Wer ist da, Alter Boah, wir gehen grad Runden ab, Alter Ja Lass nochmal Rampe versuchen Rampe hat eigentlich immer ganz gut geklappt Mhm Komm zurück, Kadean Lass doch kurz Rampe versuchen Das war Reflex Entschuldigung Das, das, das Das war mal eben, minus 35 HP mein guter Reflex Da steht einer Rampe Das, das ist nichts Warte, ich flash raus Die werden von hinten gepusht Leute Das ist schon ganz schön, ey Jo, geht runter, ich guck hinten Ich hab den, ich geh mal runter Oh, Wend kommt Überall Wend kommt AK Wend ist draußen Hallo, hallo Hi Machst du das? Ja, ich hab Wurde, ich hab Oder sicher Naja, ich geh jetzt mal wieder hier Scheiße Denk's oben Von hinten kommt Das weißt du, ne? Wir pushen die jetzt Aaaaah, hätte ich gediekelt, Mann Alter, mit dem Messer Ich bin einfach 10 Sekunden da rum Mit einer Granate, als 216 Schadenpunkte, Alter Siegel Boah, Leute, ich komm mit Molly, geil Let's go, my brother Braum wir jetzt mal richtig durchgehen, Rampe, oder was? Ja, ich schrotze Ja, das ist meine Ich hab die fallen lassen Guck mal Ja Thank you very much Pushen aber von hinten Trotz, Alter Ja, das sind zwei Ja, das sind zwei Nein, eine ARP fehlt Na weg Einer hat schon einen Hit von mir Ja, die sind zwei ARP tatsächlich Ja, ein ARP kam Oh Mann Als ob ich ihn nicht einmal getroffen habe Was für die ARP, ne? Ja Von hinten kommt jetzt sofort Oh, scheiße Ich bin blind, ich bin blind Der ist on-spot irgendwo Ich glaub unten drin ist vielleicht Nein Oder von hinten War die Flasch von dir? Die du? Zwei Eine ARP Eine ARP kommt da Eine ARP kommt da Unter dir, unter dir P90 Äh Ja, wie ein Maus, Alter Wie viel ist langsamer Boah, wie zählt das CT-Seite kommt Ahhhh Kann man einfach den Maus schneller stellen, ey Ich hab nen Pacer gekauft Kann losgehen Das ist schon cool Kali, wo bist du? Wer bist du? Kali Alter Bist du das One-Click-Wonder Oder das No-Click-Wonder Das No-Click-Wonder Das No-Click-Wonder Ich glaub du bist das One-Click-Wonder Ja Boah, ne Ja Das Ansagen muss ich nicht alle nicht drauf Hallo, Barana Hallo Was? What? Ist der da? Wo denn? Von hinten Von hinten Boah, die pushen wie Bots, Alter Yes Skipp in hier User in your channel, time down Tschüss Steht da halt rum Und macht gar nichts Komm jetzt Super, Horace Hast du mindestens 3 AP abgeschoben? 4,5 AP, Alter Wenn überhaupt Horace, du F*** Ich glaub bei mir ist einer Heaven Wo ist die Bombe? Ähm, die ist oben auf dem Container Also oben auf dem Dach Gott Du hast die Ava von Danny erst mal Ja, einer ist hier Einer ist hier Diese Coins Einer ist hier Oh Zeit, Marcel Äh, mach hier's mal Mach hier's mal Jetzt nur noch bei mir der hier Ja, töte den Töte den Töte den Wie soll ich denn töten? Gernade Gernade Scheiße, 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 Scheiße Leute Schauf ich zeitlich nicht mehr Ja, dann laucht irgendwo hin Töte ihn irgendwie Egal, wie Der ist oben Oh mein Gott Zwei Sekunden, Alter Alter Geht euch alle aufhängen, Mann Ja, ey Oh, du hast die Staff Ich hab ne Arbeit zum abgeben Jaja Gott, Bob hat jetzt die AK, Alter Geil Willst du AK haben? Ne, ich hab AWP Horace? Ja? Na, wie geht's dir so? Sehr schön Sehr schön Der Bot geht zurück Oh, hi Oh nein Alter Die andere Autosniper Ach, frick dich doch Autosniper down Du hattest das gleiche vor Einer kommt Einer kommt jetzt, äh, Haupteingang raus Hä, wer ist denn ausgeteilt? Nils Nils Oh, Nils Oh, fuck Oh, meine Oh, ja Meine Hände sind kalt Ich muss Feuer machen, Alter Ich geh Heaven Erstmal Pistol-mäßig Hier Komm mal Obwohl Oh Das ist die, die ich mir jetzt gecohlt hab Achso Ey Obwohl Heaven Ne, ich geh rammt dann Outside 1 Erstmal Außer-Timeling-Signals, ne? Wow Oh, ja Oh, ja Oh, nein Oh, nein Ich wollte grad sagen Haben die vier, siehne mal Lass mich mal bitte reinpushen Ey, von hinten oder was? Ja, der letzte war hinten Ja, der letzte war hinten Ist das ein Set? Ja Noi Ich hab Tag 9 für einen gleich Die flucht einer von euch? Ja, ich Aber ich hab auch gehört Ich frag ja nur Während wir so hier draußen rumchillen Ja Wie klingt jetzt unser Leben so Hi Wow Nein 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 Ich werde gekickt, ich werde gekickt, wenn ich Wow, Kali Nein Nein, Kali Nein Steu gemacht, Kali Ich dachte, der eine Pit macht nix auf Nein Ich stolz auf dich, Kali Let's go, let's go Was passiert, dass noch ein Gehirn ist, Kali? Ja Ja Oh Ja, schade nicht, noch ein Töte bin ich raus Ja, ich auch Hast du schon ein Gehirn oder Art? Ja, ich hab an Ich hab vorhin Horus getailert Oh, boah Krampus nix Hauptzeit Flash Steht immer oben Main Art Der Flora Dreh Keiner tippt Oh nein, die ist easy win auf Kasse Ich hab den Bot Oh mein Gott Leute Ja Ich hab den Bot Och fick dich doch, du missgeburten Kind ohne Witz, Alter Oh mein Nervo Wieso gehen denn eigentlich zwei Hausreiter? Das ist total Banane Oh Easy Ja, das ist ein Bot, Junge Bot, ne? Bot Entertainment Bot Ja Ja Töte mich nicht mit einer lang 20 Cent Waffe, Alter Oh Ja, ja Einer geht außen Zwei gehen A Einer Zwei gehen Rampe Jo, ich bin Rampe Ich geh auch Rampe Ich geh auch Rampe Time to earn our Sorius Deploying Decoys Outset einer Grenade out Einer Einer Scopest du? Töte mich mal vor Main Irgendwas Ich wusste es Irgendwas scoped hier Scheiße, ich wusste es Zwei auf Rampe Eine McClane, eine Arfe Schneller Nils Rampe 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 Er ist immer noch Rampe Getränkautomat Leg dich hin Leg dich hin Leg dich hin 53 Lass Kuckuck 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 Wann Kuckuck 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 We are good to go alles klar schon klar jetzt, wo man, ne? ja, aber echt, ja ich wollte nur noch sagen, ne? einer, einer Rampe einer Main durch wo bist du denn? einer Rampe down, der andere ruhig der andere minus 20 nicht outside, letzter hab ich, kiss dich jetzt warte mal hab ich warum müssen wir noch hier drauf, ne? LOL will jemand in AK? ja wer will in AK? ja wer ist denn hier? was willst du haben? nix dass der so komisch rumhüpft oder so komisch weg kann ich? oh ja, ich glaub ich schaff keinen mehr killen, alter wenn ich wieder sieben Tage weg hab, ich hab Bock draus sieben Tage? oh, das krieg ich noch das provociere ich jetzt klar hier ich glaub meine Korn ist mittlerweile wieder tot wenn ich eine Stunde bekomme ein Flash jetzt werden wir noch vor mehr na also hey, Molotov 1 ja, muss nein, save call B wir fahren Rampe, da war keine Sau die stehen jetzt erst Rampe ne oh, der ist Gamma ah, der Bombe oh Updates dazu ich hab ne AK noch zu ihm sehen NE äh, hier AK ich kann ne AWP legen ich hab ne AWP für outside Nils AWP oh, warum gattet alter, wie eklig Wollen wir tauschen, Stefan? komm, hier ne vergiss es ah, dankeschön ich kauf mir keine 100€ AWP in den anderen Worten, Alter ist halt wirklich so normalerweise spiele ich immer mehr Standard AWP du kannst doch aber AWP gar nicht mehr weiß oh, und die war schlecht und das ist mehr drin na, die waren da drin so ja auch ganz ehrlich, ne OZ2 einer aufm Silo einer irgendwo anders ja, die sind da drin ja, die sind da drin Stefan, den hast du gesehen, ne? ja, ich hab beide gesehen oh, ich hab nur noch gekriegt, dann kommt dieser andere Faggit weggegts ziv deine Arfe oh, da war ja noch einer ich hab nur noch ich hab nur noch AWP und ich kann was ich gar nicht legen ich kann nicht mehr AWP haben, bitte was soll ich jetzt mit einer MP9 outside komm ich hab nur gesagt, ich geh outside mal ach so ich hab verstanden, lass mich nicht outside oder so was hast du für ne Waffe AWP, ne? ich hab AWP, ja gut äh, die kommen, äh, Rampe einer weg nice, Bombe haben bombe down, Rampe oah oah nein, tatsächlich ist einer und das hat zwei outside heaven Bombe down, Bounce, ne? und auch ab oh, Nils der einer ist noch Radio drin, ne? ja Grenade out pass auf, dass sie nicht Raum bekommen ne, ich komm nicht hin ich guck unten, guck dort drüben guck dort oben, wird gerade im Video hm, ich glaub ich hab an mir ihn gehört outside CT spawn beide AWP einer mhm, Radio 21 damage äh, Mike ebenfalls äh, Mike ebenfalls Puh Puh Bumpe, die gehen wieder nach... ne einer ist noch da geblieben Bombe down outside ist mir aber so nebenbei aufgefallen einer heaven oben einer ist oben, einer kommt, ähm äh äh silo der ist oben der ist oben und den Marmann alter wie eine Bromgast was steh ich dir hart nicht? oder wird zuspielen da ist strax7 nicht schweck7 nicht vernünft dankeschön ein alter grenade out die gehen nach unten, nach B, Bombe ist B Nein, einer war mit dem... Nein, von hinten einer ist B Rampe, einer ist Control Room Bombe liegt obendrauf das ist doch, Mann Prozent Pferd 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 vom bauzeit ja vom bestaustig 1 der stück ist das glaube ich ja umgelegt ob ich gut umgelegt war der zitiere kommt umgehalten Da kommt die Rampe. Ich bin e-checked. Das ist Oma. Nein! Einer ist da in einem kleinen Raum drin. Einer ist Rampe. Einer hat Bombe ist oder was? Nein, unten! Ich bin... Nein, unten! Die Bombe liegt unten auf B! Von unten war ich gerade und da wurde gesagt BOMBE liegt oben. Also verarscht mich hier nicht. Fick doch, ich spielte allein. Ja, komm, hole ich ihn nicht mehr. Ich war unten und hab gesagt, die Bombe unten? Nein, nicht oben die Bombe. Ja, aber ein anderer hat das gesagt. Und aufgrund dessen bin ich hochgegangen. Also verarscht mich hier nicht. BOMBE LACH UND. Mist, scheiße, die Bombe lach. band Ghostb amerikanischerанию zu machen. Aktuell shrink den Ultrag. Aufsetter einer. Ja, war Silo-... Silo ? Step'd. Bombe down. Kicking. Auf date oder was? Ja, 3 Stück. Einer ist oben Heaven Hat Minus 81 oben Einer ist Garage raus gerade Links raus aber zumindest Oh Oben Heaven Ich glaube die sind in Heaven noch Und einer ist Garage raus Richtung City Spawn Kann auch sein dass die Rampe runter geht Unten Einer unten im Raum Alter hat der ne Nege Unter euch Oben drauf Oben drauf Ne Unentschieden ist noch drinnen ne Einer ist ein Schacht runtergegangen Bombe ist unten, oder? Ich denke Wow, auch nicht gleich Einer ist A Einer Start Ich bin tot Da hinten in der Hände Defuse durch, defuse durch Nein! Eine Sekunde! Eine fucking Dreckssekunde! Ja Zum Karabit